ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben hier geilen Chabos! Wir haben hier geilen Chabos! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Black Ops Duo. Hallo! Duo! Machen wir! Ich hätte ja gerne mit Chris gespielt! Cool! Stimmt, 3, egal! Schön! Au! Oh! Auf dem Tor habe ich gar keinen erwartet! Scheiße! Motherfucker! Nein! Der ist in dem Raum, wo ich drin war! Also no Scope! Genau das gleich habe ich auch versucht! Weißt du? Bei Dalu, Chris, ist das nicht so! Ja, aber ich habe gezielt bei dir! Bei dem anderen habe ich mir gedacht, versuch es mal ohne zählen! Aber das ging nicht! Ja! Ja, nice! Die haben sich gegenseitig aufgeschossen! Der ist nach rechts gelaufen zum Spawn! Aber der war richtig cool! Der ist nach rechts gelaufen zum Spawn! Oh, der war richtig cool! Ja, richtig cool! Jawoll! Ja! Nice! Dalu! Alle drei! Alles klar! Warte, Dalu ist einfach... Dalu ist... Seit wann bist du in COD so gut? Wobei gerade was ist scheiße! Das lag an der Map! Sagt die Okolos gar nichts mehr! Hahaha! 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 Wie der da liegt! Hahaha! Wo liegt der hier raus? Ja! 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 Die waren bei A! Und bei A lag ganz viel Kram! An Kasch und solche Stoff! Ah! Da ist ein Waffe saven! Ja! Ja! Du bist ja ein guter Spieler! Auch da ist ein Waffe saven! Tust du doch schon! Ja, Luchsi! Bist du noch an der Bombe? Ja! Hu! Er ist hinter mir! Oh, nice! Ja! Du machst den Kram hingegrau! Der hat den um platziert. Der versucht dich nur anzulocken. Reicht nicht. Weg, weg dann da. Ja, du hast die zweite Runde auch wieder geholt. Nice. Wenn das nicht reicht, musst du wegkriegen. Ich hatte die Zeit gar nicht mehr im Auge. Ich hatte sogar noch gedacht, ich schaff das. I like it. Das war schon ungeräumt, oder? Ne, ne, das lag drinnen, im Raum. Ich hab ja gehofft, dass er durch den Gang kommt. Peter und ich so viel Beitrag leisten. Ja, ich mehr als du. Guck mal, Jay, ich hab nur fünfmal KD. Cool, das ist gut. Das ist gut. War noch nicht bei meinem Lieblings-Bio. Hier gibt's jetzt gleich Kills. Hoffe ich. Nein, da konnte ich dir nicht helfen. Falsche Richtung. Scheiße. Ja, hab man doch. Oh, geil. Der letzte. Ich geh nach B, Jay. Die waren nach A. Ich bin in B. Warum hast du denn da nicht die Bombe geplantet, du Arsch? Der extra ist hingelaufen. Weil der extra sein ganzes Zeug bei Arya geplantet hat. Der Schwanz. Sepp kommt aus der Mitte. Sepp kommt aus der Mitte. Rechtes Timing, Dalu. Oh, jetzt. Alles gut. So, müssen wir nochmal festhalten. Wer hat jetzt mehr für Team getan? Hä? Einmal weniger gestorben. Ja. Damit haben wir beide gleich viel für Team getan. Ja, aber ich habe weniger gegen das Team gearbeitet. Ja. Peter hat mehr gefeedet. Ja. Stimmt. 1200 Punkte hat der, Alter. Genau. Weil der aber auch keinen Unterschied macht, weil von uns alle gestorben sind. Alter Vater. Du bist ja zurückgesetzt. Das ist noch hinten bei denen. Kommt zu A. Das kommt zu A. Das kommt zu A. Ist jetzt bei A. Mitte kommt Peter. Zwei Stück waren bei A. Mitte zu A kommt Peter. Sind die jetzt A-lastig oder wo sind die? Die waren, als sie meine Drohne kaputt gemacht haben bei A. Aber können ja... Ist hier in A, in dem Raum drin. Der andere ist auch direkt da. Ja. Das wird dann nicht so schreien. Ja, da guckt der direkt links raus. Peter ist auf der Straße. Der andere plantet glaube ich gerade die Bombe. Ne. Egal. Sehr gut, Peter. Da musst du mich wegduppen. Nein. Oh, Mann. Weil Galus Maschinen wieder lagen. Ich habe die ganze Zeit übrigens in der Mittelgang gestanden und gewartet. Ich habe da richtig geil gemacht. Nice, Peter. Wer hat jetzt mehr für das Team getan? Du. Okay. Also 100 Punkte finde ich schon ganz gut. Peter, du bist aufwärts positiv. Ich nicht. Ich bin Noob. Ja, das stimmt. Ich bin Noob. Aber das ändert sich jetzt. Ich hoffe. Oh, ich werde beschossen. Mama! Peter war nach hinten. Was ist denn da los? Ich weiß nicht mehr von wo ich beschossen wurde. Ist gelogen. Sepp ist bei B. Einer ist bei A. Hinten links. Du Wichser! Hab den nicht gekriegt. Muss nachladen. Willst du mich verarschen? Was? Der ist der nächste mit der Ladung, alter. Wo ist der jetzt hin? Ich habe ein Problem gelaufen. Ey, Sepp! Verarsch mich doch nicht! Nein! Boah, alter war das nicht streng. Da kommt noch einer. Ja, hinter dir war einer. Hat ein bisschen gedauert. Sorry, Jay. Ja, kein Ding. Nice. Fuck. Der rennt zu deren Spawn Richtung. Jay, fighten war aber echt hart. Bist du ganz im Kreis gelaufen, dann kam auch noch Christian. Ja, das war blöd. Ja, das war blöd für mich. Ja, hast du recht. Du hast das bisher gemacht. Nice! Geil! Ich kann, okay. Interessanterweise. Man kann den Flug nicht in der Zeit zurück spielen. Ich hab mich mega erschrocken. Ich wollte so nach hinten rechts gucken. So. Super nice. Der Charakter sieht so scheiße aus mit seinen Bienen und... Das sieht mega scheiße aus. Das sieht richtig dämlich aus. Das sieht richtig dämlich aus. Ja. Ram B. Z B. Hm. 2 B. Haaaah. Auf dem Weg nach A. Beide in der Mitte. Beide in der Mitte. Das ist die letzte. Boah! Ich hab aber noch ein paar Hits verteilt, ey. Scheiße, ich versagt. Haben wir endlich mal ne Runde geholt hier. Ja. Jo. Wir laufen dazwischen in den Bäumen umher. Und dann haben sie mich umzingelt und einer hat da noch... Ja, du hätt schon vorher schießen müssen. Ja, hätt ich auch. Aber ihr seid ja... Da hab ich grad nicht auf euch gezielt. Beziehungsweise in die Richtung. Da noch woanders hin. Ich dachte, ihr kommt von da. Ja, war nicht gut. War kange. Ich hab gezielen müssen. Drei Stück bei mir. Auf A. Im kleinen Zwischengang. Wir haben den noch hinten bei sich. Der Arm. Bomb online. Was? Einer ist, äh, Eis-Welt. Das ist jetzt Köpfe. Oh, einer kommt von der ist vorn. Er auch, er auch. Ich weiß. Fuck. Jetzt du wieder. Christian kommt von hinten, der ist Bombe und der andere auch. Der Pläne ist tot. And a fuse, and a fuse. Der letzte, Jay. Ich dachte schon so, oh shit, jetzt musst du wieder aufhören. Ich wollte gerade auf Christian schießen, da hast du mich gemessert. Oder geschlagen. Ja. Kleinen schönen Schlag auf den Hinterkopf. Ich dachte mir so, guck mal, Jay guckt auch bestimmt da irgendwo rein. Und dann legst du da. Oh, da liegt er. Mit seiner schönen Tracer-Hose. Was hat er denn da für einen Stringer? Ohne Spaß, da läuft echt die ganze Hose. Sieht ja auch richtig schick aus. Das ist die neue Tarnung, damit man so im Busch nicht so auffällt wie mit den roten Lampen. Ja. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wow. Alter, ich sehe gerade gar kein Land. Ja, bei B war... Wieso rennst du da immer wie so ein Crazy-Mofo nach Wald? Ich mag den Dschungel. Links. Ja, überall. Scheiße. Jeder ist in der Mitte bei A. In der Mitte A reingelaufen. Und Eisböse. Schön. Fuck. Okay, Jay, bitte jetzt hier ein bisschen, ne? Ja. Na. Ich mag den Dschungel. Weißt du, die Bombe läuft ganz wahnsinnig. Egal. Hast du gleich die Bombe geholt? Ne, ne, ich hatte die Bombe und wir sind zu den Häusern gegangen. Was ist mal dschungelieren jetzt? La, 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 la. Yeah. Be advised, hostile company WAV is online. Be advised, hostile care package overhead. Hey. Holy shit, da sind auch da los Sachen, wenn du aus der Mitte kommst. Aua! Shit! Äh, Shift, ne? Achso, ok. Watt, Shift. Vorsicht, Braun, das kannst du kaputt schießen. Gönn dir doch ein paar Bienen, Junge! Alles gut. Gönn dir doch mal! Jetzt kommt's zur Bommel! Drei Mal? Vier! Eine liegt noch! Was macht ihr denn? War ich auch mal ein bisschen... Blame ich deswegen. Voll krass, ich bin aber echt scheiße, da ich mal kurz um die Ecke geguckt hab, ob da noch mal liegt. Scheiße! Wow, was ne Gealcam! Wuhu! Geil! Die Details waren krass! Hast du den GoPage gesehen? Extra installiert vorher! Oh Gott! Alter, hab ich mich mal gerangt? Feier A, Alter! Was? Aua! Was hab ich denn jetzt angegriffen? Ich glaub, Jay kommt aus der Eiswelt. Ja, gut ja. Boah, das war ne Millisekunde bevor... Komm schon, Jay! Ja, was? Jetzt war ich drauf! Ach, Mann! Sehr gut gemacht! Bisschen Motivation! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, ja, sicher! Boah, voll im Hüftschuss! Magen liegend! Ja... Hast du deinem Magen? Am Arsch? Ja! Hast du deinen Arsch vorne? Weil der Arsch vorne ist, Jay! Ich hab da unten da auf die Hüfte geschossen! Ja! Der Arsch ist vorne! Ab da unten da! Ab da unten da! Ab da unten da! Ab da unten da! Oh, ihr habt mich voll verwirrt, wie ihr gelaufen seid! Muss ich hier verteidigen? Okay! Mitte in der Eiswelt! Alter, fick dich doch! Mitte! Langsam wird lustig, weißt du! Was machst du denn her? Oh, der war bei A! Nein, tu's nicht da, du! Langsam wird's witzig, ja! Der ist in der Mitte! Ich bin hier die ganze Zeit in dem Dschungel! Rechts! Okay, dann nicht! Weißt du? Ich bin schön an der Türme durchgelaufen! Schön an Jay vorbei! In der Mitte in der Mitte! Ich hab dich nicht gesehen! Ich hab dich nicht gesehen! Wir sind gar nicht! Aber du hast doch ihn gesehen! Ich hab dich auch erst sehr spät gesehen! Ja, und? Ist doch egal! Okay! Wo kannst du denn jetzt her? Von der Mitte! Nö! Aus meinem Gang! What?! Ich war wahrscheinlich schon im Dschungel drin, als du erst da saßt! Oh! Das ist jetzt 70 oder gar nicht mehr! Ich muss überlegen, mein Weg bis zum Dschungel ist sehr kurz, oder? Ja, meiner auch! Wisst ihr, was noch sehr kurz ist? Deiner! Der ist kleiner! Keine Ahnung! Deswegen frage ich! Warum soll ich sonst fragen, wenn ich es selber weiß? Du Ficker! Bist du jetzt! Dalu, was ist da los? Du hast ja den Sein noch gar nicht geplantet! Oh! Teleport! Oh nein! Dalu hat mich trotzdem gemacht! Da ist einer in dem Raum! Da ist einer in dem Raum! Da ist einer in dem Raum! Rechts in dem Raum ist ja! Da bist du jetzt rausgerannt! Bist du jetzt rausgerannt, du Hure? Nein! Nein! Er kämpft auch! In dem Durchgang von Eis nach Stadt! Ah! Der kommt jetzt auf! Nein! Scheiße! Oh, das wäre so schön! Mein Bram, ey! Ich habe dich erwartet! Ich konnte leider nicht! Ich musste mich mit echten Gegner beschäftigen! Ja, toll! Aber ich zähle genauso viel! Echt? Na klar, wenn du mich killst! Du hast genauso viel Punkte! Na ja, kriege ich immer nur Hälfte der Punkte! Na ja, ne! Du kriegst mal einen Abzug! Das stimmt auch nicht! Das ist quasi wie ein Selbstmordwidergewertig! Nein, das stimmt nicht! Das Schlimmste ist, wenn ich J-Up schieße, dann werden wir sogar, weil das einfach unfair wäre, dann sind selbst die Vorräte wieder weggenommen! Alter, Peter hat mich voll weggefascht! Alles gut! Ich lebe noch! Da ist noch einer! Ach! Was machst du denn da, Lu? Hier wollte ich doch verteidigen! Entschuldigung! Ja, da war ich am falschen Spot! Ah, Dalu ist wieder so stark, ey! Ist aber auch stark, der Dalu! Wenn du Tab drückst, läuft oben links die Zeit nochmal extra! Wie krank ist das denn? Was? Sieb ich da? Ich schon! Am Arsch! Ich seh das scheiß Fenster nicht von da aus! Mit dem langen Fenster! Huch! Nein! Oh, Alter! Ich dachte mir, ich spring drüber an deinen Messern! Was für ne Scheiße, ey! Ich hab deine bösen Maschinen gesehen! Und dann hab ich dich im Augenwinkel gesehen! Und dann hab ich dich im Augenwinkel gesehen! Und dann dachte ich, jetzt komm ich wieder! Aber! Dann messerst du einfach sonst wo und ich sterbe, ja! Mann, man sieht mich nicht mal auf deinem Bildschirm! Das, das Game ist verbuggt! Messler, jetzt mal bitte! Da fällt Bram wahrscheinlich auch um! We got the bomb! Ah! Das ist... 2-1! Oh! Ah, das ist ein Witz! Von hinten! Mitte 2! Mitte 2 von der Mitte! Hinten! Ich hab ihn noch erwischt dabei! Ah, Peter! Das ist rechts in der Ecke! Das ist rechts in der Ecke immer noch! Jawohl, Peter! Du wächst mich für Ansagen gut genug! Ja, und du kannst bis 2 zählen! Also, das ist schon ordentlich! Ja! Rechts zumindest, um für das Peakspeed-Team aufgenommen zu werden! Genau, die Voraussetzungen sind ja nicht sehr hoch! Ne, das stimmt! Drei Leute lagen da auf derselben Stelle! Okay! Dann haben die Jungs, wir machen das jetzt! Ja, ich weiß noch nicht! Ich versuche mich jetzt hier aber auch an der 2er Top-Duo zu halten, ey! Ja, so wie es das gehört! Oh Gott, guck mal seitdem geht der noch wieder bergauf! Wir haben einige Male verkackt nämlich auch! Ja, ja! Holy Shit! Nicht nochmal! Hat mich noch erwischt leider! Was ist das denn jetzt hier? Neu? Alter, der kann mich schon wieder fließen! Aber man sieht halt seine Hose auch durchgebannt! Das ist schon, der wollte sich gerade umbauen! Nein! Nein! Mein Ding meinst du? Wuuu! Bam, Junge! It's fame! Oh, du siehst aus wie der Mann aus die Fliege, ey! Mit ner Mischung aus Tracer! Ich meine, ich wollte jetzt wissen, was das kann! Oh, aber welcher Flammenwerfer? Meinst du Burka Tracer oder die gebannte Tracer? Achso, ja! Burka Tracer! Ja, ich nehm den Burka Tracer! Ja, hast du nicht gesehen mit der Folge, ey! Ich hab dich doch aufgeregt über die Pose von Tracer! Oh, ihr Arsch! Und dann waren die Alternativvorschläge von den Leuten, ob die nicht ne Burka hatten! Einer ist hier bei B schon! Noch einer! Zwei Stück bei B! Okay, der andere ist bei A! Wer hat denn jetzt die Bombe? Ja doch! Oh, die Leute bei B! Der kommt von hinten! Der ist schon da! Hä? Ja! Ach komm, mach ich keine Muni mehr! Ist das vorbei, oder was? Scheiß! Scheiß! Ich teleportier mich zurück, ey! Ja, dann hast du ne andere Fähigkeit! Ah! Ach, guck mal! Mitten reingerannt! Nee, nee! Defuse einfach, wen du da liegst! Das ist mit einer Hand! Wieso hast du die denn so ordentlich dahin gelegt? Hehehe! Musst du Sepp fragen! Das war nur zweimal schnell hintermacht! Aber in Ordnung ist dein halber Leben, ne? Das ist so schön parallel! Nein! So hat er einen höheren Sprengbereich da drin! Ah! Okay, dann werde ich übernehmen! Ach Gott, ey! Wer hat denn da wie so'n Mono? Nur noch Scheiße gerade! Nee! Ich bin leider nicht getroffen! Nein! Double Zap gekillt! Das war auch echt nicht gut! Der war im Wald! Hinten durch! Echt böse! Peter, wie kannst du nur? The farm has been planted! What the fuck? Was hab ich genutzt? Hammer! Scheiße! Ja, du kommst von hinten! Von den! Und Mitte! Und Richtung der! Okay, ist tot! Schade! Ich schätze mal da raus! Wuhuu! Das sah lustig aus! Riese, ey! Peter Pan! Weißt du, wenn ich dich sehe, treffe ich dich nicht, aber wenn du dich hinter was versteckst, dann schon! So Jay, noch neun Kills und dann sind wir alle gleich! Einfach shiny! Drei A's! Noch neun Kills und dann sind wir alle gleich! Woah! Boah, jetzt ist der da! Mann! Ich raste aus! Ich sehe einfach gar nichts gerade! Oh, ich wurde getötet! Peter ist in der Mitte! Na, Dalu! Hast du gedacht? Ja! Hab ich gedacht! Ja, ich mir auch! Weil ich hab mir so ein Augenblick gesehen und hab mir so, guck mal, der Dalu! Der Klammliche Marotzer! Kann man nicht! Ja! Sind die Sachen hier auch weg! Wer lebt denn noch? Peter! Bluten, bluten! Links! Ich fürchte, Jungs, das hat ein schwieriges Ding wirklich! Ne, das hast du! Du defust ja schon! Leut! Leut! Wir wollten Jay noch ne Chance geben! Ich! Machst du einfach auf vor! Gut, zwei Leute decken in die Richtung ab! Ja, und einer in die andere! Ihr hattet ja auch UAV! Deine Rotze, Mann! Weil man gehört hat, dass das von dir aus kam, das UAV! Ja! Ja! Piep doch dann! Kommt Musik doch aus dir raus! Das ist wie bei sich jetzt hier mit der Musik kommt! Ja! Ja, absolut! Ja, sorry, Peter! Ich bin's! Ich wollte da zu lachen! Tut mir leid! Geht! Und der Mitte... Hey! 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 Woher muss ich denn? Nee! Du standest da vorhin halt auch! Ah, im Ewigkeiten her! Ich war bei ihm am Haus, Peter! Hä, du? Ja! Wen hab ich denn gerade gekillt? Mich! Ich stand bei einem Haus und dann bin ich zurückgelaufen und dann da durchgelaufen. Ja, Christian, manchmal ist auch einfach viel Glück im Spiel. Sepp! Jawoll! Ach, kaum hat er gekämmt. Ach, nee. Ich hab dich gar nicht gekümmt. Na, so ein Zufall hat er den nicht gesehen. Ja, weil er gerade noch weiter im Raum kam. In den Kopf rein! Er hat aber nichts mehr getroffen und nicht wieder die Luft gemessert. So fast wie bei Fußballspielern. Gerade noch glücklich umgedreht. Bei A gab's eine kleine Explosion. Das ist ein Witz. Von hinten. Nein, 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 nein! Ich hab doch... Ja, Ace! Ich hab doch E gedrückt, Alter! Ja, weil ich so scheiße war. Und mal 1000 Punkte, ey. 6-15. Wenn du unter 1000 Punkte hast, dann musst du... Oh, das ist so nah als Nummer, das kenne ich. Man fühlt sich schlecht. Du hast es ja auch nochmal gespielt, dein 3-15. Ja, und ich hab daraus was gemacht. Wir haben in dieser Aufnahmesession alle unsere Höhen und Tiefen, ja. Ja, wir müssen jetzt nicht wieder anfangen mit irgendwem Scheiß. Halt die Maul. Oh, Peter, ey. Halt doch einfach die Fresse. Peter will das nur rechtfertigen, was er letzte Runde gemacht hat. Also 1-16-15, als wenn du gut gewesen wärst, ne? Peter war gut. Besser als neutral! Peter war... Peter war sehr gut. Ne, sehr gut war Dalu. Peter war gut. In CS Perspektive war Dalu sehr gut, ja. Peter auch. Er war quasi gleich gut. Haut rein. Tschüss!